Was macht deine Familie? Sie leben in Colorado und tun so, als würde das gar nicht passieren. Die Menschen in Texas und Kalifornien sollen wissen, dass diese Vereinigten Staaten sie wieder willkommen heißen, sobald ihre illegale Dezessionsregierung abgesetzt wurde. Dass in Amerika ein gewaltiger Bürgerkrieg tobt, ist Ihnen schon bewusst, oder? D.C. wird fallen, denn er hat eines Monats. Die Westernforces stehen nun direkt vor dem Weißen Haus. Sobald D.C. fällt, gehen die sich gegenseitig an die Gurgel. D.C.! Kommt uns los hierher! Dumpa! Präsident of the Floor! Er verpässt sich! Gott schütze uns alle! Gott schütze Amerika! Gott schütze Amerika! Gott schütze Mars Vielen Dank.